Ihr wisst ja, wenn ihr euch aus einer Gabel eine Antenne baut, dann empfangt ihr besonders gut Gabelfernsehen. Auf dem Strich, da fliegen bestimmt die Bordsteinschwalben. Oh mein Gott. Geht das schon wieder los? Was? Ich hab mal ein U-Bis gefunden, ganz genau. Ja, das ist fancy. So richtig hier mit Leuchteffekt. Und wie fühlt sich das an? Ja, die Dinger, die können nicht was. Ach, ich weiß auch nicht. Du bist so klein. Das ist sehr groß, der an U-Bis. Ja, oder so rum, genau. Ich bin eigentlich relativ durchschnittlich, also von der Größe her bin ich eigentlich ein relativ gutes Standardmodell, so jetzt gerade von der Größe her. Ein Hauch vielleicht runter, aber... Ich bin lieb. Der Chat stimmt mir zu, ich bin lieb, ne? Das ist richtig, ich hab jetzt gestorben, so auf der Seite gesagt, ich wollte dir was anderes sagen, aber... Ja. Der war schon der, das könnte jetzt falsch nur kommen. Ich kenn das aber, ich denk dann auch immer so... Boah, so muss das. Auf jeden Fall. Ja. Ach ja. Weißt ja. Nasse Nase. Was, was, hier, da musst du sagen, nein, das ist ein innerliches Blumenpflücken mit dir zu sprechen. Ein innerliches, ja. Blumenpflügen als ein Blumenpflücken. Ich, ähm... Weißt du? Du bist auch so im Flügen, Mann. Weißt du? Ja. Ja. Ist schon eingeschüchtert, ne? Oh, Mann. Nee. Ich vergleiche gerade deine inneren Pupillen mit dem Nachthimmel hier. Das ist fast schon romantisch. Wissen Sie was? Das ist ja noch so schnell. Das ist ja noch so schnell. Beine mit den, mit den, mit den, mit den Herzen hier drüber, ne? Das passt. Ich, mich, so ein bisschen so... Ich, das sind die Orge. Was? Machst du gerade den Selina-Modus? Wirst du shippen, oder was ist das hier? Was? Was? Ja. Was? Ja, manchmal wechselt er hier die... Seite der Blöcke. Das ist ja so meine Krux. Ja, aber diesen Blick darf man nicht trauen. Da, hinter. Da steckt... Was? Was darf man nicht? Das ist doch ne Lüge. Du hast gelügt. Ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Hey. Das plüscht, das plüscht nicht mehr so, wenn's zu nass wird. Das ist Fellpflege. Ja. Dir gefällt das zu sehr. Ich bin gefährlich. Auf meine Kosten Witzchen machen. Ich hab das immer nicht, wenn ich irgendwas seh. Multitasking-Lena. Ich seh ne Pfote. Ja, die hab ich da hingeschmissen. Genauso wie den... Würfel hier. Leila. Whatever. Ja, warum brauchst du mich dafür? Ich bin doch nicht dein... dein... ...Tanz... ...Stangen-Objekt. Mein Stangen-Objekt? Ach schön, mein Stangen-Objekt. Das ist ein Lüge. Guck mal. Ja, genau. Ach, du armer Fuchs. Ich würde dich erkraulen, aber ich kann meine Hände nicht bewegen. Irgendwann haben wir alle Feuer. Ja, ja. Ja. Und, ähm... Also quasi... Du kannst dir mal nach Character Diamond angucken im Internet. Das ist ein ganz gutes Grundmodell, um einen Charakter grundlegend zu erschaffen. Und wenn du ganz viele Charaktere hast, die sehr unterschiedlich gebaut sind und die in eine Welt schmeißt, ist das an sich schon interessant. Egal, welche Welt es ist. Er futtert tatsächlich wahnsinnig viel. Das stimmt. Ja. Lieb. Aber jetzt probiere ich mal gerade aus, wie weit ich rein... Wie weit ich in dich reinkomme... Oh Gott, das klingt echt falsch. Ähm... Bitte. Okay, also hier... Mhm, mhm, mhm. Das ist schon Nase an Nase, ne? Hm, das ist schon fast in. So, so, so geht grad noch so. Okay, verstehe. Das ist von der Entfernung her 20 Zentimeter. Also du hast die Zunge schon... Also... Ja, du, also... Ja, die Zunge ist schon drin. Ich merke das schon. Ja. Ähm... Stehe. Also ab hier ist die Zunge schon drin. Erstaunlich. Ja. Ja, das ist bei der Charakter. So klein ist die Schnauze, so kurz. Das ist natürlich dann auch mein Weg. Echt, äh, da bin ich halt relativ nahe. Also, ich war quasi schon heute öfter in dir drin, als ich gedacht hätte. Ja. Okay. Ich wollte nur die Entfernung mal... Das... Das klingt... Ja, ich weiß, es tut mir leid. Das kannst du aber auch nicht anders formulieren. Ihr müsst mich lieb haben. Ja! Nee, das heißt ja so, weil das nah am Gesicht ist. Sonst wäre es die Fernse, wenn sie nicht nah dran wäre. Die Nase. Das Schlimme ist, er braucht auch immer relativ lange Anlauf, ja, um dann da gegen zu springen und das ist einfach... Ja, gut. Aber Hanno... Du meinst den Witz, ne? Oder? Dass der so lange braucht. Ja, aber wir hören. Was? Ja! Ich hab mir richtig Mühe gegeben, das ist, äh... Ja, ne? Die Fortsetzung von Phantom der Oper, weißt du, wie die heißt? Oh Gott, also du kommst mir jetzt nicht mit Phantom der Oper 2, sondern mit... Phantom der Oma. Boah. Jan, was soll ich dir sagen, äh, das ist, äh, das ist, äh, das ist noch gar nicht so eine ewig langjährige Erfahrung, aber es ist schon, es basiert schon auch auf einer Erfahrung, ne? Aha, also ich bin der Benimsigste, den du kennst. Bist du... Ja, nee, ist, ist richtig, ja, ja, ist alles... Ach, Gott, ey, guck mal. Ihr seid... Nee! Ich guck die Kuddeaugen. Nein, ich hab das mal... Ich hab mal einen Fehler gemacht, der Wolf, und der hat mir mal einen Whisky geschickt. Ja, aber der hat hier wahrscheinlich genau den Scherz gemacht mit dem... Unser Rivaline-Pine-Pine-Pone. Ey, ne... Saja, weenabine. Saja, weenabine. He would hate it. He would hate it. Oh! Oh! No! 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 Whoa! Whoa! No, no, no! What the hell? What? I don't like this. I don't like this. Wait a minute. Saja, what do you think? What are you doing? What are you doing? Oh my god! Help me please, hello! You know? You got me to take a picture of an accident. No! Wait a second! Why are you thinking every time about us? I don't know! Yay! Nein heißt nein. Warum muss man das den Haustieren oder den Wildtieren immer wieder sagen? Nein! 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 Mann! Nein! He said yes in a weird accent. He said no! Nein! No! No! No, you little loody. No! 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 Fluff butt! One day there will be revenge! Ja, okay, Shorty. Oh, Sophie, you're scary. Blablabla. I'm a solo, baby. Ja, ja. Mhm. I think about... sex. I mean, it's gay. Ah! Cuddling is gay. This means sex. This means fuck. Two fingers. Fuck. Now. Slowly. Do. Uh... Grab your head. Boy. Friend. And you can either do a shape of a question mark, or you can just tilt. Oh yeah, like it's a question, like uwu. Uw. Cuddle. Okay. Ye. Yeah, that was the reason I tried to reach ya. Mhm. Ah, ja? Yeah. I mean... To fill your inner void, you know? When I'm not around. Oh. I thought you were gonna film me in a different way. But yeah, that's true. Tz 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 tz. Tz 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 tz. Mhm. Tz 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 tz. Bleh. Tz 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 tz. Bleh. Ne Björn? Springen geht nicht, lieber Vorladne. Was denn? Die Schwester von Hella von Sinn ist dunkler von Sinn. Jaa. Ich meine, man kann das ja nutzen und gleich mal... Ja, lösen wir auf, genau. Das sind die Buddha-Pester. Ich weiß, was ich meine, ne? Ja, das ist... Ja... Ich bin... Du hast bin... Ja, 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 ja. Was hast du gesagt, was? Ja, 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 ja. Oh, du... Remember, ich... 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 Dinge. Ich... Ich... Das... Nh... Be ich machlich nett für第一ку? Ey, du... Du noch für deine Seul. Mw착! MW party! Mw mutation your 하 İ perspectives to side. Mwalnya! Kon Monkey française. I've got concerns. Ja, der Prank-Mantus-Stanz. Wait, äh, um, I guess, äh, Crane? Maybe, maybe, äh, Crumped Crane? Fährt einfach auch einfacher zu steuern und sich rein... Oh Gott, oh Gott, ah! You just, you know, this is... Some... I, I, I don't, you know, you don't, you didn't... I wasn't scared, it was just a tactical movement, you know? Hey, wait a minute, no. What? What? I didn't plan anything. It was just so convenient. Fucking homo. What? Okay. Mm-hmm. What? Ja. Many people just say, ja, ja, means lick my ass, because, you know, yeah, yeah, yeah. Ja, ja. You know, it's not, it's really hard to find a more cheeky one. Mm-hmm. Yeah, yeah. You're fucking short. Baby man. What are you then, huh? Taller than you. Mm-hmm. Sure. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Need glasses. Mm-hmm. 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 Yeah, it's okay. Mm-hmm. 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 You know me, I'm totally innocent, yeah? Mm-hmm. Yeah, 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 yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. I wouldn't, you know, I'd be okay with that. No, 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 no. Because you're a good boy. Yeah? Nah. I mean, I know, just a little bit in need of, um... You know... I don't. ...a leading hand, but still... Yes. Yes, yes. Yeah, yeah. A plush. I said... Yeah, yeah. Maybe you should go to bed. Mm-hmm. Yeah, yeah. Yes. Yes, uh... Hm. Good night. Good night. Good night. Yeah, sure. Bum. 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 Weißt du, was dat is? Dat is ganz neu, dat dat... Das ich so aussehe? Muss ich wat tun? Wat is hier los? Ah... Okay, warte. Daumen. Bitte gib mir Daumen. Du stehst auf den oponierbaren Griff. Du bist schon als Kind dagegen geimpft. Ich hab Daumen. Ich hau dich gleich. River haut mich. Kronewampe. Was sind das mit Beine? Zumindest meine ich mich dran zu erinnern. Thomas war halt das doofe. Seine chronische Klazitis. Mit Klazitis chronisch. Also so, dass er es auch nicht überträgt und so. Was ist das denn jetzt? Bauchnabel? Oh nein, Lena. Da war es halt so blöd, weil er kurz dann abholt. Wird mich auf ewig verfolgen. Ich mecke auf. Ich bin ja nicht albern. Es gibt nur sehr wenige Ausnahmen, in denen ich jemanden abstechen würde. Gib dir weniger. Eighteen Malях Nee. Pepper Sleep fine. Und stay... ...whacka, whacka, whacka. Oh, ho, ho, ho. thing like me. Hmm, hmm. Das wäre doch witzig, wenn ganz viele Idioten sich in Hongkong versammeln und da die Hongk-Con feiern, eine Hongk-Convention. Das war schon wieder richtig lustig. Jetzt kommt doch nur der Fuchs auf so'n Scheiß. Ja, ich hab vorhin schon gesagt, das einzige Gemüse, das ich so gar nicht essen würde, das ist der Melanchol. Weißte. Ist das eine Kult? Ist das eine Kult oder was? Das ist ein Kult. Ein Kult von Küken. Ja, 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 sie versuchen, die Welt zu überwältigen. Und einfach, du kennst. Oh mein Gott. Wir werden die Welt überwältigen, wie viele Küken-Avatars. Das war sehr schlappig. Das war sehr schlappig, um Wasser zu trinken. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Was ich weiß? Was ich weiß? Ich weiß, was ich weiß? Was ich weiß? Ich weiß, was ich weiß? Ich habe keinen Sonnenschutz und dachte, ach, das Make-up macht das schon. Du steppst noch näher. Warum steppst du so näher? Ja, das ist richtig schön. Ja, du willst was? Ja, du willst was? Wenn du keinen Sonnenschutz machen, und gar nichts dann. Nee. Und diese Vitamin C-Säure und so, die ist wie so ein Brenner nochmal. Also, der wird dann auch... Das heißt, du kriegst jetzt 5-10 Minuten, bevor das Schiff da ist, dass es kommt. Das heißt, wenn man dann nicht im Wasser sein würde, geht man nach halb dem kurz wieder raus. Und geht danach wieder rein. Und dann meistens einfach am Rang weiß, die Schiff da ist. Die größer ich die Ticklinge fühle, wenn... Oh, ja. Same here. Same here. Es ist wie, mein Gehirn ist re-connecting-Thingies. Look, you know? Maybe a floating halo, weil ich bin so innocent. Ja, so the color would have property of Vanilla, right? Schiff. Schiff. Hey, hey, that was a perfect opportunity. Hm, I see. Hm. Hm. Yes. Hm. Ja. Ah, I just, I just, I just asked that they have to confirm that I'm totally innocent, yeah. Oh. Hm. Hm. No. He's not. No, he's not. He's not. Er sagt ja. Ich verabschiede. Warte, warte, warte. Nee, ist doch nicht so deins. Warte, 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 warte. Was? Er muss immer Menschen ärgern. Ich muss niemals ärgern. Das wäre eigentlich ich. Nee, ich hab bei so, bei so, bei so Partys hab ich immer Probleme Aufmerksamkeit zu machen. Na, Tara ist quasi so einfach die, 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 wie soll ich sagen? Ich bin heute introvert. Ja, die Personifikation davon. Das wollte ich gerade. Ich wollte gerade ein witziges Wort finden. Aber so schnell war ich dann doch wieder nicht. There you go. There you go. There you go. There's the big hug. Don't drink so much, yeah? Fuck you. Don't be a German and tell me not to drink so much. What the fuck do you think you are? It's part of my culture. I've been drinking this much since I was like 12, and I'm only started the night. You know, I'm the son of my mother. When I would just... Really? You're the son of your mother? Fuck. I'd never believed that. Fuck. No, I just tried to tell. If I would just, um, adapt to what I learned from her, I would... Was? Meinst du schon? I can't see very well when you're riding in black. So ein bisschen, so ein starkes Kinn, weil es wie so ein Superheld. Ja, hier sehen wir aus. Ich brauche noch einen Cape, wenn ich hier so behelde. Wir haben immer einen Cape. Ja, guck. Ja, ne? You're so mean to me. No. I'm never. You're so mean to me. Booping is kind. I'm shy. You wanna seem real glow. Oh. Flashy. RGB glow. Now you're faster, because with RGB everything is faster. This is business why I have an RGB chair. In here. I think I'm here. Or off here. My chair is on RGB. On my keyboard. On my computer. On my smartphone. So you can sit on the wall. Oh, yeah. Why choose to lick me? I just... I mean... You know, it's... I mean... You know that those questions get off guard. You know? Yeah. I just wanna know. Instinct. Mm-hmm. Instinct. So it's your natural instincts to come and give me the keys. Mm-hmm. I mean... Yeah. No. Especially... It's... I'm gonna be really mean to... I don't know your use? I think it's in my status actually. Let me double check. They are just asking if you can read because the thing that Salophelia said was... She was just... I can't read German either. Which sucks. She was just... Or was it English? Hmm... She just wrote that you should bring me in a sticky situation. But... But... I mean... This is really... This is really... Uh... Vague. No... No, no, no. It's not vague. It's not vague. I know exactly what you mean. I know exactly what you mean. And maybe later. I'm just... Cause little boy is tired. Little puppy is tired. I... 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 I'm... You know, as well. Mmhmm. 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 He... Mmhmm. Oh, you're so quiet now. I'm just... Thinking... I'm just... Yeah, I'm just... You're just... A little bit... Blustered. But... That's the... I'm just... Basta... What? I... I... Mmhmm. It's just... Oh, I'm warm here and... I'm tired, yeah. Oh, it's warm. Mmhmm. And I'm not the one making it warm. It's just a... It's just a... It's just a... It's just a... One making it warm. You know? Mmhmm. Yeah. Yeah. Interesting. We're both balanced level. Yeah? Mmhmm. Mmhmm. waaaah waaaah was ja just was do you mean was do you mean go ahead go ahead i'm just .... .... being nice hehehehe 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 hehehe hehehehe Nervous Go to bed later with cuddly thoughts It was a tease, it was a tease, it was a tease, it was a tease I got off I got off I got off Clip it But I got off Salophil, I'm going to get off What? I, I just, I'm not I, you know I'm just Get some sleep before I freaking get something to do something else to you What do you mean with something else? Do you want to find out? I don't know if I should While I'm In streaming I mean Oh definitely not, definitely not while you're streaming No Uh All you have to do is turn off the string It's either turn off the string or I can just cover it up I'd be very sad If you're just sent to bed From me I should Show you To my home To my home world It's very cozy there When I'm awake again And when my full body is loaded again You know But it's just 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 that I So you want to take me to your home world It's just You know I mean I have private worlds With just me and you there That's what you get for freaking doing that stupid pun goodness I get licks for puns You know You know when a coach hits the vending machine Maybe he just wants his quarter back So you really want licks? It's just You know A little bit of a A little bit of a Cute Mee I'm a bit of Definitely cuter when you're smaller That's for sure I said you're welcome I said you're welcome Mhmm 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 I write Young No Don't look up with them Look at me Mmmmmm Okay, come on! Stream sees, uh... Blar Vail things... That's not... That's not what that is. That's not what I was trying to... Are you serious? Wahha. I'm... Really? Wah. Wah! Das war nicht was ich wollte, oder? Ich bin innoßig. Äh, Jan, was das erst noch mal? Ja, das erste Sache, was ihr gehalten war wohl... Danke, ihr beide, den Spaß gemacht! Unschuldig! Ich bin total unschuldig, ich bin nur missbraucht worden... Ich bin total... Ja, 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 ja... Ja, 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 ja... Ja, alles klar... Ja, 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 ja... Ich versuche gerade seinen Arsch mit einem Kissen. I will head to bed, you know. I mean... Will you give me a kiss? I don't have a present. Good night. Gott. Ich bin schlecht im Verabschieden. Ja, ich bin tatsächlich schlecht im Tschüss sagen. Und B, ich bin nicht immer sehr, wie soll ich sagen...